Ok, und jetzt sagt er erst gleich, ja. So, es gibt einen Kampfbomb. Ich glaube, das ist sowas hier, Duellberg oder so, zumindest vermute ich das, was man aus anderen Spielen kennt. Ergebnisse, ja, zeig mir mal die Ergebnisse. Einzel Kampf. So, das sind auch Kämpfe, wo man gar keine Erfahrungsbunde kriegt, wo... Was soll ich das sagen, so... So ein Kampfduell, das würde ich mal welche, ich mach mal ein Let's Play. Wo man Gewinnpunkte kriegen kann, ich meine zugeben, nachdem man sehr, sehr, sehr viel gegründet hat, gibt es ja ein paar coole Items. Aber dazu wird es nicht kommen, leider. Wenn es ein Item gibt, was ich haben will, dann ist das Überreste. Überreste ist das beste Item. Achso, die Megasteine. Tja, die kriegt man hier nur so in diesem Spiel. So durch sehr lange Kämpfen und Grinden, also Kämpfen, diesen Kampfbaum hier. So, ich kann hier nicht einfach rein, oder? Musik ändern. Trainer. Jetzt Pokémon, Herrscher, Pokémon, Inselkönig, hier kommt Talia, kommt Gladio, Skull, Skull, Boss, Äther, von Reich, Semmete, 1, 2, Definitiv, Verteilung, Legendias, Pokémon, Schuss, Patron. Nett, dass ich mir das aussuchen kann. Ich meine, Seistrum. Komm, wir machen das einmal. Einfach nur, um diesmal zu zeigen. So, Einzelkampf, Doppelkampf, Multikampf. Machen wir Doppelkampf. Höchstens Level 50, und die anderen werden auf Level 50 runtergesetzt. Also gut, machen wir das. Sei es drum. Wie viel darf ich? Wie viel darf ich nehmen? Achso, nee, achso, für das Team. Ja. Ja, ja. Äh, ja, der darf nicht teilnehmen. Okay, weil es ist so ein Legendary. Verstehe. Gut. Ich habe aber keine anderen. Okay, dann lassen wir das kommen. Das ist nichts Besonderes. Ich habe es selber noch nie gespielt, aber ich weiß es trotzdem. Gehen wir wieder. Ich... Achso, mein Team ist ja noch besiegt. Äh, okay. Gut, ähm. Wenn das so ist, wissen wir Bescheid. Gehen wir uns heilen. Die Musik von gerade, das war auch so, klang nach einem Remix, so ein bisschen. Von der Duell-Turm-Musik, die man noch aus Pokémon-Kristall kannte, glaube ich. Also so ein ganz krasser Remix, dass man wirklich so hindern muss, dass man es überhaupt wiedererkennt. Aber es klang jetzt sehr nach dieser Melodie. Zum Schluss ist mir das so ein bisschen aufgefallen. So, dann, ähm... Gucken wir nach den Leveln. Ja, du kommst jetzt einen weiter nach da, würde ich sagen. Und dann fliegen wir wieder zurück, denn... Da waren ja eigentlich noch zwei Trainer, die was von mir wollten. Normalerweise. Eigentlich wollte ich nicht da hinfliegen. Eigentlich wollte ich einen weiter zurückfliegen. Mache ich das auch. Ähm, nochmal das Ganze also. Da wollte ich hin, oder? Ebene, genau. So, also da ist ein Trainer, der sagt, wenn ich alle anderen Trainer da besiegt habe, darf ich gegen ihn antreten. Was ich eigentlich meiner Meinung nach auch gemacht habe, aber er sagt nö. Ich schutz überhaupt noch. Ah, ja, genau, da war er was. Genau, einmal Schutz, bitte. Boah, ist doch eine Ewigkeit. So, der Typ... Hoppala, ich bin ja zu weit gehören. Der Typ, von dem ich rede, der steht ja hier. Ich muss erst eine zweite Best-Trainer werden, aber ich habe hier alle besiegt, mein lieber Freund. Keine Trainer mehr übrig. Ach, komm schon. Äh, weil ich zu nahe jetzt an einem Baum dran stand. Okay, Botschaft angekommen. Lieber Molger. Ich würde dieses Ding mal Pachirizo nennen, aber das war ja nochmal was anderes. Alles mit dem Picacho-Bäckchen ist für mich mittlerweile gleich. Außer Picacho. Aber hier war nix mehr. Ich habe alle besiegt. Glaub mir mal. Schon viele Parts her, aber es ist geschehen. So, keine Sorge, das Ding habe ich gesehen. Es waren auch gar keine Trainer mehr. Komisch. Doch, habe dich schon längst besiegt. Äh, okay. Schon seltsam. Milktang. Fui, der Nippe. So, jetzt lass mich mal überlegen. Was haben wir hier? Ach, da kam ich hier gerade her. Ähm, ja, sei es drum. Gehen wir nochmal hier lang. Wir gucken jetzt mal wirklich den Weg nochmal durch. Von hier komme ich dann nicht lang. Aber ich war ja hier schon überall. Also, ist jetzt wirklich nur mal, um nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Ob ich hier irgendwas übersehen habe, angeblich. Oder wohl möglich. Aber hier habe ich schon alles gemacht. Keine Trainer mehr, die auf mich warten. Nö, hier ist nix. Deswegen weiß ich nicht, was der Typ hat. Dass er sich weigert, gegen mich anzutreten. Äh. Okay, pass auf. Ich versuche hier gerade, etwas rauszufinden. Und dass die ganze Zeit irgendwelche wilden Pokémon kommen und diese Animationen immer drei Sekunden zwar sind. Oder 20, oder was das nicht. Von mir aus, selbst wenn es nur 15 sind. Das ist schon nervig. Also, bitte nicht. Bitte nicht. Warte, okay, nein. Genau von ihr komme ich ja gerade. Deswegen weiß ich wirklich nicht mehr, was er hat. Dass er nicht kämpfen möchte. Gehen wir noch da hoch. Aber auch da bin ich schon längst gewesen. Hier habe ich auch schon alles gemacht. Ja, nö, dann gehe ich jetzt hier nicht nochmal hin. Ich habe ja schon alles durchgezogen. Ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Dann werde ich versuchen, noch gegen die andere zu kämpfen. Wenn die mich lässt. Weil die hat auch gesagt, erst wenn du alle anderen besiegt hast, darfst du gegen mich antreten. Aber jetzt kommt es. Jetzt sagt der eine Typ, darfst du erst, wenn du alle anderen besiegt hast. Und die sagt das. Aber ich darf dann beide nicht besiegen. Weil jeweils einer von denen sagt, besieg den anderen. Das ist ja ein lustiger Logikfehler. Na, es gibt glaube ich einen Weg. Da habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wie der war. Nämlich einmal hier und dann oben lang. gehen, oder? Nee, Moment. Nee, ich glaube erst in der nächsten Passage hier, glaube ich. Hier oben lang. Aber die habe ich auch schon besiegt. Genau. Moment, der Duellturm, der in einer fernen Region steht, sind meine Lieblingsorten. Ja, von dem Ding habe ich geredet vorhin. Ja, aber hier war nichts. Hier war irgendwie nur Sackkasse und Item oder so. Okay, dann wäre die Frage auch gelöst. Nur noch du bleibst jetzt. Kein Wunder, dass du mich inspiriert hast, so ein Bild, wenn du sogar alle Trainer ohne Müll besiegen konntest. Jetzt kannst du bestimmt kaum warten, dich mit Käpt'n Matsurika zu messen. Auf geh, es gibt alles. Dann erwarte ich jetzt einen Kampf gegen mich, meine Pokémon. Wir kämpfen. Okay, die hat jetzt irgendwie die ganze Zeit das Gleiche gesagt, warum auch immer. Aber die haben wir jetzt vor kurzem ja nochmal gekämpft. Und jetzt kämpfen wir nochmal gegen die. Die hat fehlend Pokémon. Und einen bunten Hintergrund. Eine bunte Verhungerheit. So, kann ich mit Sorvaro da was reißen? Ich glaube, da habe ich wirklich mal wieder keine guten Karten. Schauen wir mal. Schattenfäße. Jetzt zieht das sowieso bestimmt nichts mehr ab. Boah. Es kann nicht mehr flühen, das ist ja super. Ich kann es... Es ist wahrscheinlich auch Stahl, ne? Deswegen werde ich es ja nicht... Ja, es ist Stahl. Deswegen werde ich es auch nicht vergiften können. Das wäre immer eine andere Taktik gewesen. Nö, dann... Nö, das so ist. Dann will ich nicht mehr. Setze ich dich ein. Eigentlich hätte ich... Irgendwas... Na, wir, wir, wir gucken mal. Wir... Ich setze mal... Durchbruch ein, um... das Ding zu zerstören, die Barriere. Tja, oder... auch nicht, hm? Ah, gerade noch so. Scheiße, hätte ich nicht gedacht, dass ich trotzdem so... Fertig gemacht, das Ding ist... Jetzt wird der sterben, leider. Außer der setzt irgendeine doofe Taktik ein, aber das macht der nicht. Okay, hätte ich vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich es mehr gewartet hätte, die andere einzusetzen. Ähm... Lass mich überlegen. Filling Nara ist jetzt nicht so berauschend. Akani schon eher, aber Akani hat so einen niedrigen Level. Aber egal, ich denke, wenn ich jetzt die Super-Taktik einsetze, besiege ich das für mich. Oder ich schaffe es auch mit einem normalen Flammenwurf. Ich denke zumindest. Guck mal, er macht wieder Reflekte. Also, was vielleicht blöd jetzt für die nächsten Pokémon ist, aber Akani sollte ja trotzdem noch reinholen dürfen. So, reicht doch wunderbar aus. Sehr schön, mal wieder ein Level ab. Ich meine, die kriegen so selten ein Level ab, die... beiden hier, beide ein Level ab. Sehr schön. Jetzt kommt Granbull. Ähm... Feuer auf Fee war, glaube ich, normal, oder? Ich glaube, das Fee auf Feuer war dafür nicht so effektiv. Irgendwie so. Sowas gab es ja mal. So, das heißt, wir werden jetzt Z-Kraft machen, wenn ich darf. Stein-Kante, verdammt. Okay, tschüss. Wollen wir gar nicht erst drüber reden. Das Ding ist damit gelaufen. Ähm... Oh, also du nervst ganz schön, ne? Okay, dann... Ich würde es mir nicht so einfach machen, aber... Wohlmöglich muss ich das. Wohlmöglich muss ich das. Also, du kommst jetzt rein. So, er hat immer auch einen Reflektor drauf. Das heißt, so sehr können meine Attacken gar nicht abgehen. Was passiert eigentlich, wenn irgendein Pokémon... Sagen wir, ein Chagopi oder ein Pipi... Metronome einsetzen, das setzt diese Attacke an. Macht er die gleiche Animation dazu? Okay, das hat auch gut Schaden gemacht. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal die Attacke machen und jetzt nicht so eine Psychokinese und so. Ja, das wird schon besiegen und dann überlebt er irgendwie noch ganz knapp. Dann ärgern wir uns alle. Dann gucke ich mir lieber noch einmal mehr diese Animation her. Knöckelhof. Ich bleib einfach mal drin und guck mal, wie lange ich das machen kann. Das ist immer alles effektiv. Also, Kronis fressen für ihn. Das ist nur ein Reflektor, das ist gerade ein bisschen blöd. Das wird ein bisschen wehtun. Und verbrennt, war klar. Also, ich dachte so, ah, der verbrennt schon nicht. Aber da habe ich gerade so angefangen zu sagen, Moment, das soll der Computergegner. Na ja, doch, der wird verbrennen. Und der verbrennt auch. Weil bis jetzt, die letzten paar Parts, die wir jetzt aufgenommen haben hier, immer, wenn der Gegner eine Feuerattacke gemacht hat, hat er sofort verbrannt. Sofort. Immer. Obwohl die Chops an die 20% oder was weiß ich, wie viel ist. Aber er hat es immer verbrannt. Das heißt, sorry, Galio macht jetzt eh nicht mehr lange. Ich werde jetzt noch versuchen, ein bisschen Schaden zu machen. Es hat jetzt eh die Hälfte nur noch an Angriff. Dadurch, dass... Achso, wahrscheinlich darf ich es ja so gar nicht mal mehr. Nö. Gut. Ähm. Du, oder... Du, wen setze ich ein? Oder dich, aber eher unwahrscheinlich. Ich meine, Pflücker ist effektiv, aber gut, sei es, probieren wir es. Ich wünsche es. Mein Starter würde mal wieder Pucken und Platt machen wie in den alten Tagen. Heulenknöde. Oh, das kann ich mir gar nicht mehr angucken. Pollen. Also, ich bin ja ein schlimmer Allergiker und allein schon dieses Wort macht mich schon kaputt. Pollen. Scheiße. So, ich habe es echt nicht leicht für Denkzeit. Pollenknödel. Und genau sowas macht es auch mit mir. Genauso viel Schaden kriege ich auch durch einen Pollenknödel. Also, wenn man es auf mich einsetzen würde, würde es genauso aussehen. So, darf ich zuerst wahrscheinlich nicht. Okay, mein Voltrian wird einfach fertig gemacht und das Ding ist, ich verliere jetzt womöglich diesen Kampf. Also, hier passiert gerade was und es ist nicht gut. Feline, kannst du dieses Vieh vielleicht fertig machen? Ich weiß es nicht. Okay, komm, ganz zur Hoffnung. Zauberschein dürfte doch nicht so abgehen. Na, okay, gut, 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 hält sich, hält sich die Grenzen. So, noch einmal das Ganze und dann dürfte ich als, Scheiße, Special Attack, Mist. Okay. Entzückender Sternenstoß. Jetzt wird das echt bitter, dieser Kampf für mich. Also, dieses Felinara wird wahrscheinlich besiegt jetzt, oder? Gut, schade. Wirklich sehr schade sogar. Ich bin in die Ecke gedrängt. Ich mach folgendes, ich, ähm, ich muss jetzt überlegen. Ich muss heilen auf jeden Fall und ich heile und das, und damit werdet ihr nicht rechnen. Akani. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, warum ich Akani heile und nicht irgendein Pokémon, was irgendwie, naja, nicht unter Level 50 ist. Nämlich wegen der Attacke Turbo Tempo. Ich hoffe, mit Turbo Tempo es noch in den Tod reißen zu dürfen, weil es ja eine Erschlagquote hat. Und dann wird, bleibt abzuwarten, gut, was passiert ist, was als letztes Pokémon rauskommt, es ist, Lamellux. Das Ding, okay, ähm, schade, mit Feuer hätte ich da gute Karten gehabt. Ähm, ich muss mal kurz meine Attacken durchgehen. Wer von denen kommt am meisten in Frage? Du kannst Gift heben. Das ist ganz gut. Du bist nicht so gut, du bist sehr gut, auf jeden Fall. Also werde ich auch so Galeo dann heilen. Jetzt muss ich hier wirklich auf Nummer sicher gehen, weil es sind wirklich eine Ecke gedrängt gerade. Pilzspore, wunderbar. Mach Pilzspore, finde ich super. Bring mich zum Einschlafen, tötet mich nicht. Da kann ich die nächste Runde jetzt nämlich auch noch nutzen, um es zu heilen. Ich hätte mir ein bisschen befürchtet, jetzt muss ich das, das ist ja so, mit wenig Leben, mit einem halben Leben irgendwie dadurch machen. Aber wo ist mein Top-Schutz? Äh, Top-Genesung, Top-Trank. Top-Trank suche ich, wo ist das? Da ist Top-Trank. Das ist so komisch sortiert alles. Da kommt der Traumfresser. So, ich hätte nicht erwartet, dass ich Traumfresser kann. Aber ist okay. So, und du musst es jetzt besiegen. Letzter Mann. Letzter Mann Standing. Auf beiden Seiten. Ich darf schon mal zuerst, das ist sehr schön. Das ist ein enormer Vorteil auf jeden Fall. Und ich darf es auch one-hitzen. Alles klar. Sporen wird wirkt, habe ich mir schon gedacht. Schläft, aber ist okay, der Kampf ist vorbei. Wow, du bist echt stark. Ich bin total aus dem Häuschen und ich drehe mich einfach weg von dir. Ich bin total aus dem Häuschen. Ja.